Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to the World 2 mit den Römern diese Runde werden wir unsere wunderbaren Brüder rausschmeißen so dämlich eine Revolte gestartet haben Paprika können wir uns erst mal sichern so erstmal rumschauen genau wir warten jetzt erst mal genau der hat ja das weiß ich ja schon aber was noch? achso, ok äh genau ähm in Rom werden wir die jetzt bald rausschmeißen dieser sinnlose Krieg könnte heute deren Forderung 10.000 ja ja ah genau da ist nämlich noch eine eine Fullstack-Armee und die müssen wir jetzt schnappen ok wo geht der hin und da ist nochmal äh Sparta interessant das ist in der Resort so jetzt war es nur blöd dass der ähm die Stadt oben erobert hat da mussten äh der schon wieder mhm weil jetzt im Allem muss ne genau mhm der hat so viele fernkämpfe fernkämpfe das gute ist ja wirklich dass der die billigsten Einheiten hat aber der der Kanäle jetzt auch um strukturieren da ist nicht so gut diese keine unüberlegte bitte und noch Prozent noch es ist nicht so weit doch Prozent also zuerst muss ich Griechenland erobern ja 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 jetzt gehen jetzt auch aus Sonsum Modera trotz weil sowas ich macht ihn jetzt gelappt Ernst die Tumas gerade denn nicht Prozent Den kannst du auch hier unten rekrutieren. Fertigkeiten, ich mach dich mal zum Krieger, Rüstung für alle Einheiten, das ist sehr gut, Moral, nö, brauch ich alles nicht. 1.000, 2.000, 2.000, ungefähr 3.000, 4.000, 5.000, 5.000. Warte mal, du bist nur... Warte, wie groß sind die Räter nur? Dann... Räter? Ich würde euch mal raten... Macht euch bereit für... Ja, ja... Das sind zwei Fullstackermäen. Richtig mal wieder. Ah, ne, wirklich, ich mach dich jetzt platt. Ich mach dich jetzt platt, die dicken... Die dicken Fische. So, dann zeig mal. Ah, so. Hier sind vier Fullstackermäen. Kleinpanzer, natürlich, wie soll's denn sonst auch sein? Die da ist in Ordnung, die da ist auch in Ordnung. Hm. Warte. Ändert. Ich will die nicht... Ah, jetzt was. Nächstes Mal bist du tot. Hm, 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 hm. Wie gehe ich jetzt vor? Wie gehe ich jetzt vor? So, jetzt ist die Mörderin da. Siegungsabretage, Auskunftschaften, Hauptsache, sie bekommt Erfahrung. Hm. So. Genau, vier Runden. Dann hab ich hier auch den Fullstack. Äh, wie gehe ich jetzt hier vor? Das ist eine gute Frage. Weil... Ah, das ist dämlich. Das ist sehr, 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 sehr dämlich. Ähm. Wenn ich hierhin gehe, dann können die hierhin gehen. Ja, jetzt sag ich... Sagen wir mal, Ich schaff die beiden. Bin halt angeknackst und dann kommen die nächsten beiden. Fullstack Armeen. Das ist nicht ganz so gut. Ich könnte die zwingen, hierhin zu kommen, aber da... Das sind halt dann vier Armeen. Also, Ähm, äh, Athen kommt zuerst. Ich glaube, Athen macht nix. Oder, ja, vielleicht. Äh, Athen kommt zuerst. Äh, Makedonien. Egal. Ähm. 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 Makedonien wär schlimmer. Also, Ähm, Ähm, Athen wär besser. Weil dann greifen die an, werden von der Fullstack unterstützt. Die, äh, die kann nicht beide schaffen. Dann kommt, äh, Makedonien dran, holt sich die da, greift nochmal an. Mit drei, äh, Armeen dieses Mal. Und dann kommt Sparta und greift nochmal an. Nochmal mit vier Armeen. Ähm. Und ich komm mit beiden, ich komm mit beiden gerade so nicht hin, ne? Das ist mal wieder typisch. Warte mal. Ich geh mal hier hin. Ich geh mal da hin. Und dann kann ich mit dem in die nächste Runde da hingehen und mit dem angreifen. Okay, nächste Runde. Fettes Battle. Ähm. Den hat er weggemacht. Warum? Äh, was brauch ich hier? Ähm. Öffentliche Ordnung eigentlich nicht, aber Wohlstand ist immer gut. Ähm. Ah, Tempel. Ähm, ja, Tempel, Tempel muss sein. Minus acht, öffentliche Ordnung. Handel, Quellen, Landwirtschaft. Okay, du bekommst noch was. was bekommst du denn? Hm. Irgendwas. Irgendwas gegen... Gegenfeindliche... Du bekommst auch was, das ist super. Und... Und... Dich nun zwei, nein. Dich nun... Der bekommt auch was, das ist gut. Gut. Äh, ja. Nächste Runde. Da bin ich jetzt mal gespannt, vor allem, was Rät hat und macht. Äh, 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 was, was passiert da? Okay, zwei, zwei Fullstack-Arminen sind jetzt runter. Oder, okay, was macht er da? Hä? Ah, der ist ein bisschen zurückgegangen, damit ich ihn aus dem Minium nicht mehr angreifen kann. Ich wette, dass ich da nicht mehr hinkomme. Sonst hätte er nicht, äh, diesen, diese zwei Zentimeter nach, äh, rechts getan. Ah, das, das nervt. Oh, warte, wie weit ist denn der? Hm, der könnte mich hier reichen. Ja, natürlich könnte ich dich erreichen und ich hier reichte ich auch. Eines Tages werde ich dich erreichen. Und ein Gnade, die Gott. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ah, hm? Ja, das interessiert gerade keinen. Bitte töte ihn. Nein, er wurde selbst getötet. Du willst mich verarschen? Der hat jetzt mal einen General getötet? Der hat mal einen General getötet? So ein, ein Porno-Affel. Zurück zur Kenne! Zurück zu uns! Also, der hat sich ja meinen General getötet. Boah, okay. Retter, es war mir eine Ehre, du wirst sowas von platt gemacht. Könnte sein, dass du das jetzt nicht, aber, ich zeige euch mal, was passiert, wenn man eine Siedlung den Erdbohlen gleich macht. Der, der hat jetzt wirklich einen General getötet? Ich glaube es ja nicht. Warte, wo ziehe ich mich hin? Ah, schade, hier geht es nicht. ich sehe gerade, OBS ziemlich ruckelt. Sorry. Ich warte mal ein bisschen, bis sich das wieder ein bisschen beruhigt hat. Wahrscheinlich sind die Schneeflocken zu High Definition für meinen blöden PC. Oh nein, es könnte sein, ja, gut, ähm, so, warte, also, ähm, okay, die Gladiatorinnen sind auf jeden Fall, so, das ist doch so ein, so ein Mistkacker. Vernichtet einfach so mein, mein General. Ach, es, es wird ein Vergnügen sein, den zu vernichten. Wirklich. Es nähert sich feindlicher Unterstützung. Ja, von da, okay. Ja, das macht sogar Sinn. Normale Geschwindigkeit. Alter, fehlt. Ich komme mir nicht darauf klar, dass der, mein, äh, General getätet hat. Also, das, das finde ich auch viel, viel, viel zu stark, diese, diese, diese Skill. Es ist, man kann halt, das viel zu einfach machen. Wisst ihr, was ich meine? Das, es ist, kann so ein, so ein Überbabbo, ähm, General sein. und trotzdem kann er innerhalb von, von so ein, so ein Nieser, kann er schon sterben. An sich ist es auch mehr, ja, ein bisschen realistisch, dass, äh, durch Attentäter, ähm, die, ey, dass durch Attentäter, die generell halt sterben konnten. Aber, ich habe kein General mehr, du. Ach Gott. zuhörig, und zuhörig, und zuhörig, auf deutsch, die Menschen verläutern wollen, ich sage, bei подписisten viel, übernehmen ein kranberry, wenn man sehr viel呢. Ein Soviet schon wieder, bei der Sauerkraft habe, Das war's für heute. Die Schöne der Kraft, da kannst du die Batterie verreichen. Stopp in der Geschwindigkeit. Die Nähe vorbequenzen. Ja, Legionäre, Jupiter, Kind und Schacht. General, wir wollen aus dem Bereich überfliegen. Delikte, eure Befehle. Stopp in der Geschwindigkeit. Legionäre, nachhanden Wuppen. Verschließen Sie, die Befehle, oben in die Armut. Bereicht um Einsatz. Der feindliche General ist tot. Kommandant, bereit, Stopp in der Geschwindigkeit. Kommandant, stopp in der Geschwindigkeit. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Blutrausch. Blutrausch. Ich werde mich nie angreifen. Ich werde mich nie angreifen. Blutrausch. Ne, Graserei. Blutrausch. 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 Die Schlacht wendet sich zu unserem Grundstück. Die Schlacht wendet sich zu unserem Grundstück. Die war nie gegen uns. Hehehe. Das war ein paar Schleimige. Die Schlacht-Wend und können nicht eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht und mehr für vier sohn billiges DIN um im billigen muss sie gehen musste der oder hat der Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht mein General getötet ich glaub's nicht schau mal ich hab eigentlich niemanden verloren und trotzdem sehr schön ich wusste gar nicht er hätte es dann noch lebt glorreicher schau mal 250 das war echt der hat das Doppelte von mir aufgestellt und hat halt 200 getötet und den General ich komm nicht drauf klar das ist so lächerlich oh Gott so töten die Pflicht ruft ein unterdauernd hey ich wollte das gerade anschauen so also im Senat würden Vögel fliegen äh im Senat wurden Vögel fliegen gesehen hä das ist das schlimmstmöglichste hier Omen die Götter sind wütend ja ok hä was für ein scheiße so ich würde sagen bevor der noch mal so was so ein Kack macht komm ich will das jetzt genießen ich will den jetzt sowas von platt machen der hat mein General getötet das geht mal gar nicht der der hat so also der hatte mich ein bisschen genervt mit dem um mit dem ach na gut dann nehmen wir im Nebel mit der ganzen Aktion da aber das mit dem General das das war das ging zu weit so so wieso wieso gehen die eigentlich wieder so wie die dämliche keine Ahnung bei denen sind irgendwie alle entweder es ist nicht ausfahrende oder man darf wenn sie ja um den Papern die ein Knoten Sitzung haben oder es sind es sind einfach keine Ahnung es klingt halt immer bescheid ihr dürft ihr dürft angreifen ne oder auch nicht also ok 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 die 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 Schnell vorwärts hin! Worte und Hohorte! Elite! Rom ist unter aller Mutter! Söhne des Marsch! Schnelles Machere! Mutige Römer bis zum letzten Mann! Unterkampfgruppen erwarten Befehle! Energ общем Strollfülle! Dich gibts! Gesch sörost Verwärts Schöne"; Dich wechs Amtsdrucken erwarten Befehle. Reichsgemeinschaft. Eliten! Wunsch! Wurs vor der Krieger! General! Krieg von der Armut! Legt nach! Reichsgemeinschaft! Schwer! Ordnung Kohote! Bekanäle! Die wollen geschießen. Okay. Kampfbereit! Unwillig! Krieg und Ehre! Nachkampfkampfkampfbereit! Evokati! Nachkampfkrieger! Geschossen waren fossile! Deutsche Römer! Die schießen aber nicht. Warum nicht? Die schießen aber nicht. Ähm. Das ist ein bisschen verpacktes Spiel. Ne? 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 unser General wird angegriffen ich dachte jetzt ein jetzt zeigt er schon unser General ist gestorben bitte ihr ich mache es besser hier ist ein Mann und hier sind tausend und Prozent die können noch schießen während die ist doch wurscht Prozent Vorsitzende der Feind wo muss musste das sein der kam glaube ich von von da und einmal also wir stellen mal einen da hin und einen ständig da hin dann können wir ja sehen woher der kommt mit mit dem dem Zum Schoen Ist das schon ein Alter Also so da kommt in der gute Burschi, also ja da hier und hier dahin die hier hin die dahin und die dahinten, super! oh und hier können die oh ne ja wobei der geht so aggressiv rein BAM 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 soo jetzt wollen wir ihm mal das Fürchten lernen und dann 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 die so das ist doch mal sehr schön jetzt muss ich auch nicht mehr zu nehmen zu sehr schön wirklich sehr schön so so das war es H und seine in den Scheiden durchsicht wir waren eigentlich nicht schlecht die Klavier traurigen bei der um die 100 Euro doch 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 60 170 jetzt Prozent mal schauen niederreißen alle zerstörbaren Gebäude in Tier und die in Mürbel der Siedlung werden zerstört alle Gefangenen getötet gut 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 so du wirst zum kommenden Kinder bekommen du hast noch keine du hast noch keine Frau das können wir aber noch nicht oh schade dann jetzt halt vornehme Ehefrau das ist schön ich kann aber nicht sehen welche wollen haben da eben so politik minus 5 minus 26 und sind Prozent Tom war es abgeschmiert gut Prozent ich würde sagen danke fürs Zuschauen um es ist sowieso schon 35 Prozent bis zum nächsten Mal bei See ya wird Versteigungswelle und mit Angriff! Angriff zu dieser! Höchst die Elefanten! Angriff! 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 Zehren! Zehren! Fier! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020